Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video und ihr seht schon, Bitcoin kann auch mal wieder etwas steigen. Wir haben endlich ein bisschen Bewegung gesehen. Das war die Prognose, die wir gestern im Endeffekt einerseits früh im Video, andererseits gestern Abend auch im Livestream drüber gesprochen haben. Unser Trade wurde zum Teil jetzt mal geschlossen. Ich habe es gestern schon mal in die Gruppe geschrieben. Im ersten Profits, Profite, je nachdem, Deutsch, Englisch. Ach, es ist früh am Morgen, Leute. Verzeiht es mir. Es sind bereits genommen. Wir werden jetzt aber auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie wir uns jetzt weiter hier mit diesem Trade verhalten. Gehen wir möglicherweise doch nochmal einen Short ein. Wie ist so die Lage? Was gibt es Neues an News etc. pp.? Was können wir jetzt im Chart ein bisschen deuten? Ist es kurz vor Wochenende? Schauen wir uns auf jeden Fall alles an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen rein. Wenn ihr Bock habt auf Update-Signale, so wie hier gestern, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und heute um 12 Uhr kommt die neue Podcast-Folge bei Crypto & More, also von mir, Puzzles und Bagu online. Also schaut euch den, oder besser gesagt, hört euch den gerne heute an, mittags um 12 Uhr. Gut, damit würde ich sagen, starten wir doch direkt rein in die Analyse. Wir haben viel zu besprechen. Bitcoin bei 25.500 US-Dollar. Aber gestern haben wir auch schon drüber gesprochen, früh im Video und natürlich auch gestern im Livestream. Bullish Divergence wäre top, wenn wir uns die holen. Wir haben die Tiefs geholt mit deutlich weniger Volumen. Erstes bullisches Zeichen. Daraufhin habe ich ja gestern früh schon gesagt, okay, Position ist schon offen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns noch minimal ein tieferes Tief holen. Haben wir dann gestern im Livestream bekommen. Also jeder hatte gestern noch die Chance, irgendwie in diesen Trade reinzugehen. Und daraufhin sind wir dann ziemlich schnell nach oben hingepumpt. Und das hat natürlich einen Hintergrund gehabt. Gestern um die Uhrzeit waren es noch ein bisschen Gerüchte. Aber jetzt sollte es ziemlich fix sein. Ich habe jetzt mal den Beitrag von Haus genommen, weil es hier in die Gruppe gepostet wurde. BlackRock hat es getan. Sie haben einen Antrag für einen Bitcoin-Spot-ETF gestellt. Die Gerüchte haben sich also bewahrheitet. Gigantische News vor allem, weil es ein Spot-ETF ist und Coinbase ist der Verwahrungspartner. Interessanterweise, ich habe es gestern auch schon, das ist jetzt wieder vielleicht so ein bisschen Verschwörung, aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Bitcoin-Dump, wir waren bei 31k. Es wird die SEC verklagt. Alle Altcoins etc. PP, der Markt-Dump, BlackRock will jetzt ein ETF. Coinbase verklagt die SEC. SEC verklagt Coinbase und so. Also da läuft schon wieder so, so viel im Hintergrund. Aber genau diese Gerüchte haben dann gestern erstmal zu dem Pump vorläufig geführt. Und jetzt ist es aber amtlich, dass auch hier ein Bitcoin-Spot-ETF. Und das war nämlich gestern auch bei den Gerüchten noch ein bisschen unklar, weshalb ich da immer noch so ein bisschen vorsichtig war, was die News anbelangt hat, weil man ja auch nicht weiß, ob es wieder einfach nur ein normaler ETF ist zum Handel, bla bla bla. Aber ein Spot-ETF ist natürlich ziemlich geil. Und dann kam gestern nochmal News. Celsius Network will be selling all Altcoins from all customers starting July 1st. Also man will hier alle Altcoins verkaufen und diese in Bitcoin und Ethereum umwandeln. Also sehr, sehr starke News. Man geht hier anscheinend doch ein bisschen mehr auf die SEC ein und sowas. Bin ich ja, ihr kennt meine Meinung dazu, grundsätzlich haben die recht, bla bla bla. Man muss es jetzt natürlich nicht so asozial herausfordern. Das hat natürlich dann auch zum Pump geführt, aber nicht nur die News. Wir hatten hier natürlich die Ineffizienz, wir hatten das Golden Pocket, wo wir ja gestern auch drüber gesprochen haben. Also es war auch das erste Ziel. Da kann man jetzt wieder streiten, macht der News den Markt oder macht der Markt die News. Da kann man wieder so ein bisschen darüber schreiten. Aber egal, diskutieren wir an anderer Stelle. Auf jeden Fall, erster Take Profit erreicht. Den zweiten habe ich jetzt mir hier oben mal bei ungefähr 25.900 US-Dollar hingelegt. Das hat einfach den Aspekt, wir haben hier oben nochmal so eine kleine Supply-Zone. Ich würde sie gerne kurz davor setzen, das 0.786er bis hin danach. Aber die Ineffizienz wurde fast auf den Dollar genau erst einmal gefischt. Ich bin noch nicht in einem Short drin. Auch wenn das so noch momentan so ein bisschen mein Hauptszenario ist. Ich kann mir jetzt gut vorstellen. Den Weg glaube ich jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt komplett abverkauft werden. Aber dadurch, dass wir jetzt hier oben rejected worden sind, ich mache jetzt das Golden Pocket mal weg und ziehe uns mal das Neue und zwar von unserem Abverkaufslevel bis zu unserem Pump-Level und schauen uns jetzt mal hier die Gegenbewegung an, die möglicherweise drin ist. Die könnte uns nochmal bis 25.200 US-Dollar führen. Dort würde dann das höhere Tief auf uns warten. Das heißt so ein bisschen die Trendwende-Bestätigung möglicherweise sogar und nochmal die Bestätigung dieser Range, wo wir jetzt gestern den ganzen Tag getradet sind. Heißt runtergehen. Das wäre dann auch so, dieser Bereich eventuell nochmal einzusteigen. Da werde ich euch dann natürlich nochmal auf den Laufenden halten in der Signalgruppe und dann bräuchten wir aber auch dieses höhere Hoch. Darauf würde ich dann hoffen. Deswegen machen wir hier oben jetzt erstmal den zweiten Tag Profit rein. Die Bestätigung wäre dann nice, wenn wir hier oben drüber ballern. Dann die Bestätigung und dann wirklich so mal aus diesem Bären-Tief jetzt erstmal hier ein bisschen rauskommen. Golden Pocket ist immer noch die Möglichkeit, dass wir auf 24.000 US-Dollar fallen. Ja, wir haben das 0,5er getestet. Ja, wir haben ziemlich viel Liquidität und ein Retest. Und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz auf dem 4-Stunden-Chart nochmal zeigen. Es wird heute ein bisschen ausführlicher. Sorry, müsst ihr jetzt einfach dranbleiben. Hier diesen Retest haben wir vollzogen von dieser Range. Die können wir auch vielleicht nochmal ganz kurz zumindest mal einzeichnen. Das ist so dieser Bereich. Perfekt getestet mit diesen Hochs. Auch mit den Schlusskursen hier perfekt getestet. Es kann natürlich sein, dass wir gar nicht mehr ins Golden Pocket reinkommen. Jeder wartet auf das Golden Pocket. Jeder will ins Golden Pocket. Jeder sieht das Golden Pocket. Und das hatten wir schon sehr, sehr oft. Ihr könnt euch erinnern an meine ganzen Trades, die ich hier oben immer mal wieder reingehen wollte. Wir sind immer nur aufs 0,5er gekommen oder knapp über das 0,5er. Wer weiß, ob das nicht da auch kommen könnte, weil wir jetzt eben diese riesige Range getestet haben. Wir hätten theoretisch auch. Und das hat, glaube ich, auch gestern jemand mal in die Gruppe gepostet. Wir haben es aber auch des Öfteren angeguckt, dass wir hier ein gigantisches Inverse Head & Shoulders haben. Was wir jetzt auch im Endeffekt mit Breakout hier oben, das wäre das Breakout, hier hätten wir es getestet, auch haben. Kann natürlich, das ist alles nur reine Spekulation, aber theoretisch könnte es sein, dass wir das 0,5er, äh das Golden Pocket einfach nicht mehr anlaufen. Nur mal so am Rande, ändert jetzt aber nichts an der Strategie. Wir bleiben long. Erster Tech Profit geholt. Eventuell, wie gesagt, geben wir nochmal bei den 25.180 rein. Das wäre dann nochmal die zweite Chance. Stop Loss ist jetzt erst einmal Entry. Entry ist bei mir 25.040. Also auch sehr, sehr knapp könnte es sein, dass er noch abgeholt wird. Eventuell spiele ich da auch nochmal ein bisschen am Stop Loss, dass wir auf 24.9 machen derzeit. Short, wie gesagt, ist nicht geplant. Da warte ich jetzt erst einmal noch die nächsten Stunden ab. Wir haben keine Bearish Divergence auf dem 1-Stunden-Timeframe, weshalb ich mir dann eher wünschen würde, okay, wir gehen hier nochmal hoch, versuchen nochmal die Liquidität hier ein bisschen abzugreifen. 25.8, vielleicht sogar 25.9. Und dann den Short nach unten in das Golden Pocket und dann die Gegenbewegung. Das sind jetzt erst einmal so ein bisschen die Pläne, was mich da auch noch ein bisschen bullischer stimmt. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen auf die anderen Märkte noch eingehe. Aber auch der Dow Jones, extrem, extrem stark. Ich hatte den Short offen, wurde absolut ausgestoppt, also Stop Loss Entry. Aber Dow Jones auch sehr, sehr stark. Hat sich das hoch hier wieder gekrallt. Keine Bearish Divergence mehr, also nach dieser Korrektur keine Bearish Divergence mehr. Es kann jetzt auch hier sein, dass wir hier die 35.400er Marke antesten. Ich weiß nicht, was das ist. Weil wir hier oben auch noch den WIG haben. Also die Märkte sind einfach derzeit absolut bullisch. Ob es der S&P 500 ist, ob es der SPX ist, ob es der Nasdaq ist, der Dow Jones ist, ist völlig egal. Auch Gold hat sich gestern wieder sehr, sehr stark erholt. Da warte ich auch noch auf ein kleines Retracement. Und der Dollar stürzt komplett ins Bodenlose. Stützt die Aktienmärkte, stützt den Bitcoin auf jeden Fall. Also ich bleibe jetzt hier erstmal kurzfristig noch auf der bullischen Seite. Short erst einmal nicht geplant. Wir warten auf das höhere Hoch. Einfach um die Struktur hier nochmal ein bisschen bestätigen zu lassen, sollten wir darunter schließen. Bullisch für einen Short. Klingt zwar jetzt komisch, aber Bullisch für einen Short Entry. Und dann sage ich mal, Mindestziel ist das Golden Pocket. Und wenn das dann nicht hält, dann können wir uns nochmal Gedanken machen über das Golden Pocket. Vorher brauchen wir uns da erst einmal keine Gedanken machen. Etwas enttäuschend, muss man sagen. Ethereum hat nicht so wirklich nachgezogen. Also Ethereum, klar, es wurde ein Bitcoin Spot ETF beantragt. Also ein Bitcoin und nicht Ethereum. Aber diese Circle News, dachte ich, hätten hier ein bisschen mehr Einfluss. Wir sind hier weiterhin nicht long. Der Plan ist aber auch hier, dass wir zumindest nochmal ins Golden Pocket bei 1700 US-Dollar, beziehungsweise hier oben die Ineffizienz oder diesen ehemaligen Trend-Support, wie man es nennen möchte. So ein leichter Mini-Trend ist da erkennbar, aber mehr ist es Support. Dass wir hier diesen Bereich hier oben nochmal füllen und dann auch nochmal einen Short nach unten hinkriegen. Da ist dann auch das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Wir ziehen dann im Endeffekt auch das GP und schauen dann einfach, wo dann hier das Golden Pocket liegt für einen möglichen Long-Einstieg. Würde aber auch hier momentan eher auf den Short spekulieren. Long momentan ist bei Ethereum. Nein, mir gefällt die ganze Altcoin-Sache weiterhin nicht. Man sieht auch, die Altcoins interessiert das auch wenig. Ich habe gerade schon eine Chart-Analyse für Crypto-Guru geschrieben. Auch da tut sich echt, echt wenig, obwohl 30% nach unten hingegangen ist. Also man muss da momentan ein bisschen vorsichtig noch mit Altcoins sein. Aber das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen auch auf dem Zweitkanal in den Livestreams ausführlich erklärt, warum ich teilweise keine Altcoins gekaufe, warum ich sie nicht trade, warum mir die Strukturen einfach nicht gefallen. Da tut sich zu wenig. Und solange diese ganze Sache mit der SEC da ist, kann sich das natürlich auch noch ewig hinziehen. Da profitiert Bitcoin von und deswegen gehen wir eher momentan jetzt immer in Bitcoin, Ethereum vielleicht, aber Altcoins lassen wir momentan einfach erst einmal weg, würde ich sagen. Gut, das war es eigentlich schon zu den Analysen. Schreibt gerne mal unten eure Altcoin-Wünsche rein. Ich fange jetzt diese Woche an. XRP kommt heute, morgen Wochenausblick auf jeden Fall. Und dann starten wir mit euren Altcoin-Wünschen. Also schreibt eure Wünsche gerne unten in die Kommentare rein. Das war es dann von meiner Seite. Ansonsten Like da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wenn ihr Bock habt, noch Free-Trades abzugrasen bei BingX, es gibt momentan weiterhin 20 und 30 USDT for free. Einfach anmelden. Kleine Werbung hier am Rand, die ihr unterstützt, unterstützt damit auch mich. Ja, könnt ihr euch holen. Einfach anmelden, testet die. Zahlt auch vielleicht erstmal nichts ein. Erstmal die Free-Trades testen. Und dann könnt ihr immer noch einzahlen, beziehungsweise dort traden, wenn euch das alles passt. Gut, damit war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen. Später schön den Podcast anhören um 12 Uhr. Ich möchte danach euch abfragen. Und das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.